Mit so viel Fisch haben wir nicht gerechnet. Wir sind an einem kleinen Bach mitten in Deutschland unterwegs und wollen so viele Fischarten wie möglich an einem Tag fangen. Angefangen haben wir mit Fliegenfischen und wir konnten auch sofort eine große Bachforelle und eine richtig schöne Esche fangen. An einem der ging dann sogar schon die dritte Fischart, nämlich eine kleine Regenbogenforelle. Und mit Spinnerhute habe ich dann sogar noch eine Brasse und einen Hecht über das Zipp bekommen. Das ist echt ein großes Ding, die ist. Oh, ne, echt, ey. Ja, ist die Hesse. Na, auf den kleinen Krebs, eigentlich auf Barsch gefischt, wir haben gehört, hier gibt es viele Barsche, wisst ihr ja. Ich war einfach echt aus dem Bach gezogen. Es ist echt alles möglich. Ein schöner, auch Mitte 60, würde ich sagen, ne? Ja. Ultradick. Was ein toller Angeltag.